Ja, wie versprochen, in der nächsten Folge gehen wir durch diese Tür und mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Komm, Shiva, hilf mir. Und zwar ein Ladebildschirm, hey. Ein Grünkraut, was keiner von uns mitnehmen kann. Das ist meine Munition. Neh, nehm ich mit. So. Sorry, Shiva, aber muss sein. Wir sind wieder hier oben. Wieso sind wir hier oben? Neh, nehm ich mal. Toll. So, nochmal kombinieren. Und geben. Tauschen. Na, ne Blendgranate, ganz ehrlich. So. Komm mit mir, Shiva. Boah. Es sieht hier aus wie ein Bild. Also als wäre es nicht echt. Hm. Ah, sonst sieht es geil aus. Zweimal Gewehrmunition. Also brauchen wir Gewehrmunition. Oh. Ich habe irgendeines Gefühl. Ach gut. Ich dachte jetzt werden wir irgendein Ding aktivieren, dann kommt ein Monster raus. Was soll ich machen? Geht ein bisschen tief runter. Oh, schicke Beine. Ein bisschen. Die Betonung liegt auch ein bisschen tief runter. Und ich würde gerne wissen, was ich machen soll. Keine Ahnung. Ich gehe mal wieder zurück. Kein Schimmer. Oh, Akku fast leer. Ja, 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 ja. Was? Hier vorne irgendwas. Da hoch muss ich. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ich muss doch was an der Konsole hier machen. Ah, da. Komm gemeinsam. Und? Auf was hast du geschossen? Auf mich natürlich. Auf hin und sonst. Jetzt. Jetzt stehe ich mich mal hinter dich. So. Na ja. So gut wie möglich halt versucht die abzuknallen. Äh. Wohin müssen wir? Da ist das Ding. Oh oh. Und die haben es gestoppt. Betten? Die mag es mich abzuknallen. Sach bloß. Nicht something, die stoppen es. Fäf, fäf. Ja. Danke mir, danke mir. Stimmt's? Ja. Ah, 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 dahin. Woh, woh. Das Ding ist da oben. Boah. Wer knallt uns ab? Schick. Ja, die hat wirklich gelernt zu schießen. Die ist gerade mal 23, nee, 28 Jahre alt. Glaube ich war es 28. Wo sind diese Kerle, die das Ding gestoppt haben? Ich würde den gerne mal so kugeln, durch den Kopf jagen. Die knallt wirklich nur mich ab. Ach, da unten sind's seid ihr. Erwischt. Das bin ich. Die hat wirklich was gegen mich. Hörst du bitte auf damit? Guck mich an, wenn ich mit dir rede, ja? Ja. Dann halt nicht. Hier stehen bleiben. Na komm, bitte, bitte, bitte. Boah. Yes. Dass man in diesem Ding noch einen Headshot landet. Na ja, das war aber auch mehr Glück. Als Verstand. Mehr Glück als Verstand habe ich öfters mal. Gut, ist jetzt nicht schwer, mehr Glück zu haben, aber... Kannst du haben. Nimm. Nimm. Meins. So. Okay, take it. Yes. Roger. Okay. Boah, es ist tief. Ach, Gegner. Ne, doch nicht. Jetzt Gegner. Doch nicht. Jetzt. Komm, gemeinsam. Schon wieder in einer Höhle? Warte, wir sind... Wir sind durch eine Höhle? Wir sind erstmal mit dem Boot hier angekommen. Durch eine Höhle sind wir dann in so ein... In so ein Riesendingen gelandet. Und dann... Haben wir Umbrella Bloom gefunden und... ...und dann sind wir auch hier angekommen. So. Ja, von innen verschlossen. Und ich dachte auch, was will er jetzt zeigen. Na, F, komm. Und... Höpp. Ja, Archen, gibt kein Strom. Dann machen wir halt Strom. Da ist Generator. Da ist die Brücke. Und dafür brauchen wir Strom. Jetzt haben wir auch Strom. Sieste, jetzt geht's doch. Da komm... Der rennt wirklich langsam. Und jetzt die Brücke... Jetzt die Brücke runterfahren. Oder Fahrstuhl runterfahren. Geht, auf. Mach. Ach, Mädchen. Bist du schon drin, oder was? Äh, 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 F. Du sondierst die Lage. Dann sondier mal. Ich hab dich im Auge. Oh, jetzt können sie sich auch... Unter hier hoch... Hihihihihi. Wieso muss ich eigentlich hier unten stehen? Oh, oh. I help you. Oh. Okay, ich brauche selber ein bisschen Hilfe, aber... Ne, versteht ihr überhaupt Deutsch? Ne, ne? Schäfer, tut mir leid, wenn ich grad nicht helfen kann. Ich bin ein bisschen in... Bredouille. Alter. Jetzt... Pack dein Ding weg. Das sieht so bekloppt aus. Alter, Finne. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich glaub, Schäfer wird sterben. So wie jetzt. Und ich dann anschließend. Ja, daraus wird wohl nichts. Nächstes Mal benutze ich die Pumpgun. Haha. Ich geh vor. Diesmal mach ich das. So. Also wenn ich... Ich aktiviere das Elefant von dir. Danke. Also willst du, danke. So, jetzt. Go, 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 go. Haben wir alles gesehen. Und tschüss. Und tschüss. Bleib liegen. Liegen bleiben. Ich will dich abmessern. Aua. Ich hab Messern gesagt. Oh, Löwenherz. Bleib liegen. Wenn du auf dem Rücken liegst, bist du mir am liebsten. Oh. Schätzchen, wenn du auf dem Rücken liegst, bist du mir am liebsten. Toller Anmachspruch. Ist klar. Abt auch jeden. Ist er tot? Ja. Relativ, relativ tot ist er. Hey, für Geld. Ich frag mich, wer die ganzen Kisten hier hinlegt. La, 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 la. Boah, was für ein Weg, alter. Ich wollt grad. Na. Bleib liegen, ihr scheiß Kinders. Ah. Okay, ich bin tot. Ich bin... Das war's mit mir. Jojo. Es ist wirklich schlimm. Ich hätt mich früher umdrehen sollen. Aber... Ich hab' ne Idee. Entfernen. Hergeben. Boah. So. Entfernen. So, da hab' ich auch einen Platz frei. Einen Platz mehr. Oh. So. Jetzt aber. Ich brauch' das, glaub' ich, gar nicht. Das kann ich weglegen. Ich behalte's einfach mal. Nee, ich leg's weg. Gib mir deine AK. Nee. 100 Schaden macht die, die macht... Die sollte mehr machen. Okay, behalte deine AK. Entfernen. So. Das ist Pistolen. Also, stimmt. Das war hier. Und so. Und fertig. So, in dieser Folge mach' ich noch das Kapitel zu Ende und dann... Geht's auch ab. So. Ah, ah, ah. F. Ich aktiviere das Elemente für dich. Hm, ich wollt's ihr noch geben. Also, die Munition. Ich würd gern da durch. Danke. So. La la la. Quatsch mich nicht voll. Du Fröbel. Okay, das war's. Oh, doch nicht. Bleib liegen. Da kann ich dich abstechen. Schade. Yes, I can't be serious. Ich hab mich vertippt, deswegen. Na komm. Renn. So, diesmal wird's geschafft. Pit, 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 pit. Wieso musst du ja grad nachladen? Ich hab zweimal geschossen. So. Jetzt aber. Und F. So, wenn ich die erste Tatze seh, dann, dann umdrehen. Und? Jetzt? Hm, jetzt aber. Jetzt. Jetzt. Mann, 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 Mann. Ich werd wieder sterben. Das ist doch... Scheiße. Nein. 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 Nein, nein. Nein. Nein, nein, nicht sterben! Nicht sterben! Alter! Gott, Alter, Finne! So, alles bringe Shiba mit. Nichts mehr übrig. Oh, ich freue mich schon, wenn ich bei ihr bin. Oh Gott. Dann heilt sie mich endlich. Wehe, es kommen noch mehr Viecher, Alter. Dann werde ich Chuck Norris, ey. Dann roundhouse kicke ich alles weg. Das wäre eigentlich so einfach, einfach drüber zu steigen, aber nein. Das macht man nicht. Ja, Magnum Munition. Das ist verschissen. Hm. Hier unten ist niemand? Ja. Wieso haben die es alle so nötig, mich anzuschreiben, wenn ich... Oh. Oh. Eine Schlange... Oh, ich dachte gerade. Eine Schlange und dann... Das wäre es dann mit mir. Oh, Alter. Oh, danke Mädchen. Ich liebe dich. Äh, geben. 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 Verhalte dich mal. Geben. Danke, Partner. Was willst du? Naja, das ist später. Ich will mich jetzt nicht stören lassen hier. Schäfer hat uns Gott sei dank unser Leben gerettet. Wie hieß nochmal die... die Marke? Tick-Tack-Tack? Tick-Tack-Tack? Tick-Tack-Toe? Keine Ahnung. Tick-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack Super, Alter. So, jetzt mal gucken, was jetzt abgeht. Oh! Spenser-A-Stick, wasnt it? Well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us. So slow to catch on. So, what's the best? Jill. Jill, it's me, Chris. What? Are you sure that's her? The one and only. Wow. 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 let's finish this, once and for all. I think the odds are fair. Two on two. Right, Jill. But that's in the next episode. Seven minutes. Seven minutes is all I can spare to play with you. Three. Three. Five.